Hallo und herzlich willkommen in der Libubble. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Heute geht es um eines meiner Lieblingsthemen, nämlich um das Thema Suppe. Ich selber mag gerne Bohnensuppe, Kartoffelsuppe, Linsensuppe, Tomatensuppe, Gemüsesuppe, Champignonsuppe oder einfach so gut wie alle Suppen. Aber eine habe ich noch nie probiert, und zwar eine Suppe aus des Teufels Küche. Und du? Ich bin Lee und wenn du keines meiner Hölbücher mehr verpassen willst, klick noch schnell auf Abonnieren, bevor es losgeht, und die kleine Glocke. Und dann wünsche ich dir guten Appetit heute Abend und viel Spaß! Die Suppe aus des Teufels Küche Verzweifelt irrte der Försterbursche Klaus im Wald umher. Lange war er fortgewesen, und als er eines Tages wieder heimkam, erfuhr er, dass seine Braut, die schöne Försters Tochter Clara, von einem bösen Zauberer geraubt worden war. Dass Klaus sie wiederfinden musste, stand fest. Aber wem das gelingen sollte, wusste er durchaus nicht. Mitten im wildesten Urwald, hatten seine Freunde erzählt, da wohnt der böse Matz in einem wunderbaren Schloss, doch niemand kann ihn angreifen. Denn den Wald durchstreifen grimmige Wölfe, die er zu seinen Diensten abgerichtet hat. Halb von Sinn, Vertrauer und Ratlosigkeit lief der arme Klaus kreuz und quer durch den grünen Wald und hörte weder die Vöglein singen, noch den lustigen Ruf des Kuckucks. Erst als nicht weit von ihm ein furchtbares Stöhnen und Wimmern zu hören war, schreckte er aus seiner Betäubung auf. Er ging der klagenden Stimme nach und gelangte auf eine weite Lichtung. Rings leuchteten helle Baumstümpfe, in deren Mitte sich ein Holzhaufen so hoch wie ein Haus auftürmte. Dahinter fand Klaus einen kleinroten Teufel, dessen Schwanz in einem dicken, aufgespalteten Baumstamm festgeklemmt war. Das Teufelchen krümmte sich vor Schmerz und schrie Zeta Mordio. Nicht weit davon glänzte etwas in der Sonne. Klaus erkannte einen Keil, der dem Kleinen aus dem Baumstamm gesprungen sein musste und so schuld an seinem Unglück war. Na, weine mal nicht, beruhigte ihn Klaus. Die Sache wollen wir schon deichseln. Er setzte den Keil in den Spalt, ergriff den schönen Ebenholzhauer, der daneben lag, und befreite das unglückliche Teufelchen mit nur wenigen Schlägen. »Pest und Schwebelfäden«, fluchte der Kleine. Seufzend streichelte er sein schmerzendes Schwanzende und fing dann wieder an. »Och, das war eine Kur, dass die Olle auch immer mich schicken muss, wenn das Brennholz knapp wird in der Küche. Hätte ja ebenso gut den Pippi-Fax schicken können. Und dieses Mordspech! Na, die alte Oma wird schön schimpfen, wenn ich so spät zurückkomme. Übrigens sollst du mir nicht umsonst geholfen haben. Warte ein wenig, ich werde dir einen Topf voll Suppe bringen. Die wird dir gute Dienste leisten.« »Suppe aus des Teufels Küche?« »Das klingt nicht schlecht«, dachte Klaus und setzte sich auf einen Baumstamm. Er sah voller Verwunderung, dass der kleine rote Teufel die goldschimmernden Griffe einer Schubkarre ergriff, die unter dem haushohen Holzhaufen ein wenig hervorlugten. Der Haufen setzte sich in eilige Bewegung und war plötzlich verschwunden. Ebenso plötzlich erschien das Teufelchen mit einem kleinen Kessel und einem Löffel und es sagte und verspritzte ein wenig Suppe dabei, »Schau her!« Und bei der Berührung mit dem Waldboden begann die Suppe sofort lichterloh zu brennen. Klaus wich erschrocken zurück, aber das kleine Teufelchen beruhigte ihn und sagte, »Keine Angst!« Und er löschte den Brand im Handumdrehen mit dem Löffel. Dann verschwand er und ließ Suppe und Löffel zurück. »Aha«, dachte Klaus, »das ist keine schlechte Einrichtung, aber wenn ich von der Suppe satt werden könnte, so würde ich sie essen, so hungrig wie ich bin.« Er knotete das Kesselchen in sein rotes Schnupftuch und kaufte im nächsten Dorf gehörigen Proviant, denn er hatte noch tagelang zu wandern durch Wüste, menschenleere Gegenden. Endlich kam an den großen Wald, vor dessen Betreten ihn alle Leute gewarnt hatten. Unter uralten Eichen und Buchen wanderte Klaus dahin. Ihre dichten Kronen ließen kaum meinen Sonnenstrahl durchschlüpfen in die geheimnisvolle grüne Dämmerung, die ihn umfing. Nur Pilze gediehen in dem tiefen Moder, in dem seine Füße versanken. Wo aber ein Baumriese gestürzt war, morsch vor Alter, da wucherten Brombeer und Geißblattgestrüpp so dicht, dass Klaus sich mit seinem Messerbahn schaffen musste. Schon lange hatte er bemerkt, dass er nicht alleine war. Ihm zur Seite knickten dürre Zweige, raschelte es im welten Laub und er bemerkte, wie ihn feurige Augen aus dem Dunkel heraus anstarrten. Als der Abend den Wald noch weiter verdunkelte, sprang plötzlich ein großer Wolf zwischen den Stämmen hervor und stellte sich ihm zähnefletschend in den Weg. Mutig stieß ihm Klaus das Messer in die Brust, sodass er tot zu Boden stürzte. Klaus wagte jedoch nicht, vor Anbruch des nächsten Tages weiterzugehen. Und da er sich gerade in einer mosigen Lichtung befand, nahm er den Löffel und schüttete von der Teufelssuppe einen weiten Kreis um sich herum. Meter hoch flammte die Brühe empor, und hinter diesem Schutzwall konnte Klaus sich beruhigt schlafen legen. Außerhalb heulten und knurrten die Wölfe, aber keiner von ihnen wagte sich durch das züngelnde Feuer. Als am anderen Morgen die Sonne in die Lichtung blickte, waren die Untiere verschwunden. Sie waren wohl endlich müde geworden und schliefen nun. Klaus löschte mit dem Löffel die Flammen und setzte seine mühevolle Wanderung fort. Gegen Abend, als er merkte, dass die Wölfe frecher wurden, suchte er sich ein trockenes Plätzchen und entzündete seinen Feuerkreis. Er wollte ihn gerade schließen, als es heftig raschelte. Hastige Fußtritte knisterten durch dürres Gezweig, Keuchen und Heulen kamen schnell näher. Ein schlankes Reh sprang eilig in den Kreis. Rasende Wölfe mit gierigen Mäulern wollten folgen, aber da ward der Feuerkreis bereits geschlossen. Die vordersten Wölfe wurden von den Nachfolgenden in die Flammen gedrängt und sprangen heulend zurück. Das Rehlein aber schmickte sich zitternd an den Försterburschen, der es mit beruhigenden Worten streichelte. In der Nacht lag es dicht bei ihm und bot ihm sein weiches Fell als Kopfkissen. Auch am nächsten Tag blieb das Rehlein bei seinem Beschützer. Klaus hatte schon befürchtet, sich in dem dichten Wald gänzlich zu verirren und nie das Schloss des Zauberers zu finden. Und jetzt kam es ihm vor, als habe er einen Führer bekommen. Das Rehlein lief immer ein wenig voraus und gegen Abend lichtete sich plötzlich das Gehölz. Der Wald wurde zum Park. Da schimmerte es weiß durch die Stämme und von Rasenflächen und Blumenbeeten umgeben erhob sich ein wunderbares Schloss. Über seiner Mitte ragte ein hoher Turm mit vergoldeter Kuppel empor, die in der Abendsonne glänzte, während alles andere schon im Schatten lag. Klaus hieß das Rehlein sich hinlegen und umgab es mit dem schützenden Feuerring. Als der Mond das Schloss mit weißem Silberglanz umwob und an dem stillen Teich des Parks die Marmorfiguren hell schimmerten, schlich Klaus vorsichtig in eine weite Säulenhalle. Er hatte außer im Turm nirgends Licht bemerkt und fand zu seinem Erstaunen, dass im ganzen Schloss nicht eine Tür verriegelt war. Tief sank sein Fuß in weiche Teppiche und bei dem bläulichen Mondlicht, das durch die Fenster fiel und dem Purpurschimmer, den seine Laterne ausstrahlte, sah er kostbare Möbel, prächtige Gemälde, blinkendes Kristall und goldene Geräte. Doch nirgends blieb er stehen. Er suchte doch einzig und allein seine liebe Braut. Wo hatte der Böse sie nur verborgen? Hastig eilte Klaus von Raum zu Raum und als er meinte, das ganze Erdgeschoss durchstöbert zu haben, sprang er ungeduldig die Treppe hinauf. Als er durch den oberen Flur schlich, unentschlossen in welches Zimmer er zuerst treten sollte, hörte er plötzlich vor sich ein heiseres Fauchen. Große grüne Augen schimmerten böse und unheimlich aus dem Dunkel. Mit Entsetzen erkannte Klaus seinen gewaltigen Wolf, der zum Sprung geduckt vor ihm lag. Da gab es keinen Besinn. Klaus riss den Löffel aus dem Kessel und ein Feuerstrahl zischte auf das Untier zu. Sofort brannte der Teppich lichterloh. Laut und heulend rannte das furchtbare Tier fort. Klaus schlug hastig auf die Flammen ein, doch vergebliches Bemühen. Der brennende Wolf entzündete überall neue Feuer. Die Vorhänge brannten, die Gardinen, die Türen, die prächtigen Möbel und auch die Teppiche auf den Treppen standen schon in Flammen. Das ganze Stockwerk war ihm nur ein Feuer mehr. Klaus kletterte geschwind aus dem Fenster. Ein Glück, dass ein üppiger, kräftiger Efeu an den Mauern des Schlosses hochrangte. Über ihn konnte Klaus sich auf den Erdboden retten, wobei er das kostbare Teufelsgefäß vorsichtig festhielt. Den Flammen entflohen, lehnte er sich an einen Baum und starrte voller Entsetzen auf das brennende Schloss. Ach, umsonst war all sein Mühen, umsonst sein Hoffen. Er selber war schuld daran, dass sein liebes Mädchen nun elendiglich verbrennen musste. Höher und höher züngelten die Flammen, nur der Turm war noch verschont. Und hinter dessen Fensterkreuzen brannte ruhiges Lampenlicht. Da erschien an einem der Fenster eine dunkle Gestalt, die verzweifelt die Hände rang. Laute Hilferufe gelten kurze Zeit später durch die Nacht. Dann wankte der Turm und stürzte mit gewaltigem Krach in sich zusammen. Fassungslos wandte Klaus sich ab. Wein schritt er auf die Stelle zu, wo er das Reh verlassen hatte. Dem Tierlein wollte er sein Leid klagen, wenn es ihn auch nicht verstand. Er löschte einen Teil des Feuerrings und logte vom Feuer geblendet ins Dunkel. Da schmiegten sich weiße Arme sanft um seinen Hals. »Klara«, schrie er freudig auf und traute seinen Augen nicht. »Aber es war Wirklichkeit, er hatte seine Braut wieder.« Als der Zauberer eingesehen hatte, dass sein Werben um Klara nutzlos war, hatte er das Mädchen in ein Reh verwandelt und in den Wald gejagt, damit es den Wölfen zur Beute werde. »Ach, das war eine schlimme Zeit«, seufzte sie. »Aber nun ist alles gut. Da der böse Zauberer verbrannt ist, ist auch sein Zauber zunichte geworden.« Und nach wenigen Tagen kamen Klaus und Klara wohlbehalten im Försterhaus an. Bald darauf wurde eine fröhliche Hochzeit gefeiert. Den Kessel mit der Teufelssuppe aber warfen sie in einen alten, verfallenen Brunnen, der nicht weit von der Försterei im Walde lag. Es war gut, dass sie schnell zurücksprangen, denn mit großem Gepolter fiel sogleich der ganze Brunnen ein und weißer Qualm zischte aus, hoch empor. Danach wurde es ruhig. Als sie am nächsten Tag wieder nachschauten, stieg an der Stelle, wo der Brunnen gewesen war, ein heißer Quell aus der Erde. Sie nannten ihn den Teufelsquell. Es war trotz des schlimmen Namens ein guter Quell, denn wenn jemand von ihnen krank war, brauchte er nur in dem heißen Wasser zu baden oder ein wenig davon zu trinken, und dann wurde er wieder gesund. Und so blieben Klaus und Klara und all ihren Kindern gesund und vergnügt bis an ihr Lebensende. Das war das Märchen von der Suppe aus der Teufelsküche. Wenn's dir gefallen hat, lass mir gerne ein Abo, einen Daumen hoch oder einen Kommentar da, um meinen Kanal zu unterstützen. Wenn du magst, hören wir uns morgen wieder. Aber jetzt schlaf gut.